Kannst du es gleich mal in die News reinposten? Hab ich schon, guck mal im Cubic-Tenner. Das sind nicht die News. Achso, ich habe gar keine städtische Umgehung mehr. Man, ich muss mich da erst dran gewöhnen. Wieso brauchst du städtische Umgehung? Ja, weil ich da so dran gewöhnt bin und ich finde die so cool. Ich lauf dann normalerweise an den Gegnern vorbei, wenn sie mich jetzt nicht gesehen haben und ich weglaufen muss. Ich finde die irgendwie sinnlos. Kann auch einfach, weil ich gleich halt nicht. Ich stehe meistens, wenn ich auf bin. Es ist nicht gewöhnt. Ich habe keinen Bock mehr. Lass mich doch in Ruhe. Du bist aber Obsession. Ja, werde ich wahrscheinlich mit Hass gekillt. Was machst du da für Hüpfereien, ey? Er ist doch Ruin drin. Ich mache die ganze Zeit perfekte Checks hier. Okay, der war nicht ganz perfekt. Der Bill ist aber in der Tankstelle drin. Lass den da mal drin sein. Ich gehe da nicht hin. Du hüpfst da ganz schön rum, ey. Ja, ich wollte bestimmte Sachen an mir springen lassen. Ich habe Hunger hüpfen. Ich habe Hunger hüpfen. Och, ey. Mann, kein Bock mehr. Spechnische Doktor. Jochen L summit. Ja, hie, hie, hie. Scheiße, war. Hast du gedacht, ich bin hier? Ja, ich bin aber nicht hier. Hat sie dich auf den Berg gebracht. Wie kommt man da drauf? Ah, die ist immer noch da, die kämpft da. Ach ne, ne. Das ist doch eine Camperin. Vielleicht ist da irgendwo Ruin, dass der deswegen da... Ach, leck mich, ey, du blöde Kuhl. Ja. Ah, scheiße, Ruin ist bei mir. Versuch's abzulenken. Okay. Jetzt tut mir leid, ich muss das mal kurz machen. Ich hoffe, es ist auch Ruin. Ich muss beiklanken dann. Mann, ich hab das extra gemacht. Ich bin extra auf die Seite und das hat nicht funktioniert, ey. Leck mich, ey, du blöde. Scheiße, das war 100 Grown. Das war kein Ruin. Hör mal. Hä? Nee, du bist extra auf die Seite. Pass auf. Die machen das so, die gehen auf die Seite, wo du, du gehst durch die Palette. Und dann kommt die, kommt die auf die Seite, wo du stehst. Geht die mit ihrem Schnellgang hin. Und ich geh im letzten Moment rüber auf die andere Seite und werf die Palette um. Das hat auch geklappt, aber ich hab die Palette nicht umwerfen können. Und jetzt werden wir hier wieder getunnelt, ne. Ja, genau. Ja, komm, ey. Ich kann mich sowieso nicht heilen, von daher ist das egal. Ich hab extra Selbstheilung jetzt mal mitgenommen. Warum weiß ich gerade selber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ne, ich hab überlegt, ja, ob er diesen Perk von schneller Gents machen und zusammen krieg ich mehr Blutpunkte. Oh, ey, der will mich nicht machen. Ja, dann komm doch zu mir hier hinten hin, dann heilen wir uns gegenseitig. Am Ende. Anstatt ja auch, wenn man zusammenbleibt, aber man geht ja immer irgendwie alle in eine andere Richtung. Ich muss den Köfferchen gesungen, tut mir leid. Ja, scheiße. Ja, sie hat mich. Keine Ahnung, wo sie war. Ich hab sie nicht gesehen. Gerade so gehört, bevor sie mich getroffen hat. Keine Sorge, sie verfolgt mich. Ja, aber es ist schon wieder gelaufen, ey. Ne, Kichi. Ja, sie ist hier. Äh, jetzt nicht mehr? Ja. Ne, sie hat mich. Ach, scheiße, habt ihr gerade angemacht? Ja. Und warum leckt es? Irgendwas... Ist das schlimm. Scheiße, wo ist... Ich glaub, es ist hinter dir, ja? Ja. Ach, es ist offen. Nein, da, da, da ist Ruin. Scheiße. Habt ihr gefunden. Ich nehm Hit. Ach, du standst neben mir. Ja. Ja, freu dich, du, Alter. Oh, ich hab' ich... ...und ähnliche Blower. Bist du noch bei ihm, oder soll ich hin? Ne, hier ist keiner in der Nähe. Nö, niemand in der Nähe. Doch, Nils kommt gerade gerannt. Aber das bin ich, aber ist okay. Ne, Nils rennt irgendwie hinter der Wand und guckt da. Jetzt kommst du, jetzt kommt... Aber die, die kommt gerade, die kommt gerade. Ja, sie kommt gerade. Ja, die ist wieder hier. Jetzt rennen alle wieder weg. Ja, pass auf. Nein, sie kommt hinter. Ja, aber die kommt jetzt hier. Pass auf, pass auf. Ja, die kommt hier hin. Ja, die teilt. Ich geh zum Bill an Jen. Das ist nett, aber eigentlich wollte ich erst den Gem machen und dann heilen. Oh, fuck, ey. Ja, komm, nimm mich auf. Nimm mich einfach auf, komm. Gut, was ist denn? Oh, nein, du kommst zu uns. Nee, ich geh woanders hin. Ich werd eh nicht gefahren von hier. Ich will mich unbedingt jetzt killen. Ja, der Kuh. Na, der Bill lenkt sie ab. Das Problem ist, der zieht sie nicht weg. Verstehen, verstehen. Scheiße. Der liegt auf dem Wagen da hinten. Wird jetzt hochgenommen. Ja, aber so schnell krieg ich das hier nicht hoch. Äh, nicht fertig. Aber ich bin eh die Obsessionär jetzt. Die wird jetzt direkt hierhin kommen. Ja, das ist zu 98, äh, zu 90 Prozent, ne, das war gerade noch zu 90 Prozent fertig. Gleich noch mal nicht, wie du bist. An der Hüte. Ja, hat die dich oder was? Das hat mich gerade gejagt, aber sie ist jetzt wieder weg. Jetzt jagt sie mich. Ich geh mal den Bill holen. Okay, mach. Scheiße, sie ist hier, sie ist hier. Uh, fuck, du hast immer gelieb eine Zeit, Junge. Ne, die will immer die, die hier runtergeholt werden. Die bleibt in der Nähe. Und die tut so, als wenn sie Dichtern verfolgt, aber in Wirklichkeit... Ich hoffe, ich kann nicht easy hitten können. Ich stand neben ihr und macht sie. Ne, ne, die will unbedingt killen haben. Naja, denkst du, dass ich dich da dran gesetzt bin? Ich kann und dann, äh, gehen und dann schauen. Ich kann nicht so. Ah, da kommt er ja wieder. Nein, jetzt laufst du auch hier hin. Okay, ich wollte den Jim dann mal machen. Die, wo, äh, komm, ich, ja, komm. Ich muss doch stehen, ey, am Handel oder so. Die wird uns jetzt alle umhauen. Da ist sie. Nee, sie geht auf mich jetzt, endlich. Was war das denn? Was macht denn? Die hat sich eben zum Jim hier gedingst und hat hinter den gehauen dann. Ich bin, ich bin reingegangen in den Laden hier. Ich bin dran, glaube ich. Ja, ne, ne, ne. Ich hätte doch gesehen, wo ich hin bin. Aber das langsam, äh, das Heilen dauert echt, also. Sieht doch immer an den Jim? Ne, nö, die Check gemacht haben gerade. Okay. Jetzt fertig sein. Ich komm zum beiden Jim, glaube ich. Nein, 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 nein. Ich komm, wir heilen uns. Siehst du, in der Hütte hinten? Ach so, okay. Ich glaube, mit so einem Dreier-Dings kann man die am besten verwirren, weil da musst du erst mal überlegen, wo sie hingeht, auf wen sie geht. Ja, wenn du zu drückt irgendwie das machst. Ja, diesmal hat sie mich ewig gleich. Also mein Jim ist quasi fertig. Ich hab den aber nur auf 99 gemacht, weil ich mich kurz heilen muss, bevor ich gleich wegrenne. Das heißt, ihr müsst nur noch einen machen, dann. Ich weiß nicht, wo du bist. Hinter den Schrotthaufen, da. Ich nehme den, wie wir eben gerade waren. Wie gesagt, mach nur noch einen. Ja, ich bin noch ein, der ist gleich viertel. Ich bin noch jetzt geheilt, dann mache ich den jetzt sofort. Ach, der Bill war auch noch hier. Tschüss. Wir haben den gleich auf Hälfte. Oh, da hinten war sie. Scheiße, ich glaube, sie hat mich gesehen. So, ist fertig. Gleich. Wenn die Neuert hat, dann ist der Bill wird vom Arsch. Ich geh jetzt noch von mir aus rechten Ausgang. Du bist aber nicht, wo du bist. Ah, hier ist die Klappe. Da, wo ich den Jim gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Deine nächste Klappe. An dem Ausgang. Ich renne jetzt Richtung Ausgang. Da ist sie, da ist sie. Komplett gegenüber vom Ausgang letztendlich. Nee, das schaffe ich nicht. Ich bin ja eh tot. Ich mache die Tür auf. Oh, ich ziegst sie. Mach auf. Komm, ich komme zu dir. Oh, sie hat keine Not. Was, lol? Komm, schnell. Mach die Tür auf. Hälfte? Die ist weg. Nein, du musst schneller sein. Ja, hallo. Wo bist du? Musst du die Tür auf? Ja, wieder zu der Tür hier hinten. Zu anderen Tür. Ist gleich auf hier. Nein. Komm, lauf, lauf, lauf. Geh, dann gehe ich dazwischen. Schnell. Ja, dann werde ich. Nee, sie ist doch gar nicht da. Doch, sie war gerade noch hinter dir. Nein, die war nicht hinter mir. Die ist bei mir. Ich habe sie gerade da gesehen. Die ist aber bei Nils. Heil mich mal bitte. Komm. Ja, wenn du mal kommen würdest. Du bist da vorne am Ausgang. Da heile ich dich nicht. Nicht mit der. Ja, ja. Ich schreibe hier. Kannst du nicht zu uns laufen? Ich bin im Chase. Mann. Ja, komm, dann laufe ich zu dem anderen Ausgang. Wo ist denn der Bill, ey? Was macht der eigentlich? Das kann ich dir sagen, wenn ich draußen bin. Aber von hier aus nicht. Wenn jemand hin nimmt, schau ich es vielleicht. Ich komme, ich komme dahin. Aber die ist... Ach, die... Ist er wieder hier? Oh ja, lauf, 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 lauf. Komm, die kriegt uns nicht mehr. Geh. Geh raus. Ja, er ist so noch am Dingsen. Ich habe ihn jetzt zwar noch beschützt, aber dann ist er stehen geblieben. Dann bin ich an ihm vorbeigelaufen. Bill ist auch draußen, okay. Meine Fresse. Hatte die dich dann verloren, oder was? Oder wie? Ja. Weil... Ich habe endlich mal Lisa... Wie, wenn es die Röschchen wird rausgenommen? Friendly Killer. Friendly Killer. Aber der ist halt immer so friendly. Dann bin ich am Peer. Ich bin dran, sie... Das will ich gar nicht sein. Sie hatte verteufelter Boden. Nur mal so. Achso, ja, das war ja der, der ich weggebracht hatte. Ja, ja, ja. Ja. Ruin hat es aber auch gehabt, oder? Ja. Ja, das hatte ich danach. Dann stand Nizza noch hinter mir. Hat noch gesagt, ich denke, Nizza. Aber da war sie mit dir, glaube ich, gerade beschäftigt oder so. Ja, er war gerade getötet. Ja, ich denke, da war. Ja. So, jetzt haben wir uns da. Ja, ich denke, da war ja der Röschchenkuh. Ja. Ja. Vielen Dank.